so einen wunderschönen guten tag willkommen hier zum wochenend stream ja ich konnte leider heute noch nicht so viel dabei sein wie ich wollte hatte ein paar einstellungsschwierigkeiten von einem programm aber wir haben ein paar null sound wir gehen nur leider im test es ist es Dann ist bei der Besatzung hier der nächsten Perk fertig bei den Ladestützen. Dann ist bei der Besatzung hier der Besatzung. 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 Dann ist bei der Besatzung. Dann ist bei der Besatzung. Dann ist bei der Besatzung. Da hat man ja einen Treffer gelandet. Ach, diese M12, ey. Ach, diese M12. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schrift zurück. So, neues Fahrzeug in der Garage. So, wie die schon zuschauen, heute ist der E25. Also ich bin nicht schon mal bei wem anders gefahren, das ist echt ein guter Panzer. Ähm, wer ihn haben möchte, sollte ihn sich heute holen, weil letztes Jahr zu Weihnachten war er nicht. So, wie die schon zuschauen, heute ist er nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Finde ich eigentlich die auch gleich nach oben? Jaaa, Erwin, jaaa... Jaaa... User joined your channel. Oho! Hey! Also, erzähl mal... Bitte? Von wem? Wie, von wem? Ja, der E25 oder was ist er im Wissen an? Meiner! Das ist Meiner! Bist du dich jetzt verarschen? Nein, guck im Wargaming Shop! Der ist gehofft! Heute ist der im Shop! Ja, ich hab ihn ja! Der ist heute im Shop! Ja, super! Cool! Ich hab grad 900 damage erst der Gefecht gemacht! Ey! Ich hab grad nicht geplant, dass ich jetzt schon den Rechner anmach! So, ne! Ja, offline gehen! Puh! Ne, ich hab grad Sturmfallen! Ja! Hahaha! Ja, der ist jetzt grad, äh, 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 zu seiner Mutter, also da, wo ich vorher gewohnt habe, zu dem Haus, das heißt, der ist 45 Minuten mit dem Bus, jetzt erstmal aufm hinweg, dann muss der, äh, sich da ein bisschen was aufhalten, bis der wieder zurück kann, und dann muss der nicht schlüpfen und bitte nur zurückfahren! Okay! Also, ich hab locker zwei Stunden Zeit! Hey, geht! Äh, irgendwie verbindet der mich nicht! Warte mal, ich mach mal mein Handy mit ich den aus! Ja, Erwin, bei uns sind die aber nicht so da... Oh, jetzt ist das auch schon... Ist das alles auf Stufe 3, jetzt... hab ich die Sachen schon... Alter! Oh, noch mal Stufe 1! Ich hab auf Stufe 4! Ja, ich bin da mal um umwandeln! Ja, das hab ich auch gestern alles gemacht! Ja, aber ich hab jetzt grad was Stufe 3... Warum ist das mit EU 1? Wiss ich nicht! Aber ich hab grad was bekommen, wo ich schon zwei Sachen Stufe 3 habe! Ich hab auch gestern ziemlich frustig schnell ausgemacht! Ich hab nur 8 Gefechte gestern gemacht! Ich hab gestern 20 gemacht! Ich hatte gestern nur den 8 von 900 noch was! Ja, und ich von 1000... Von 1100 hatte ich gestern! Ja, ich konnte mich halt nicht beschweren, ne... Ich hatte Spaß mit, äh... Mit Crazy und mit, ähm... Blubber! Hast du da denn gegrüßt? Ja, hab ich direkt gemacht! Das war das erste, was ich gemacht hab! Ne, stimmt nicht! Ich hab erst mal selber Hallo gesagt! Achso, Erwin! Ich hab übrigens mein Soundbot jetzt... Äh... auch aktiviert! Ähm... Warte! Muss ich aber eben kurz das Programm in den Vordergrund holen? Äh... was nehmen wir da mal? Nehmen wir mal den! Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs! Geht nur leider im Teamspeak nicht! Muss ich mal nen Kumpel noch... Gucken, ob man das irgendwie auch hinkriegt! Die Lucky, die ist immer noch nicht online! Nee, der... Der ist hier bei mir mit Verbände! Achso, also sagt er auch nicht irgendwas mit Fehler oder so! Da, gleiche Ausrüstung, Verbrauchsmaterial ab! Der braucht jetzt seit, äh, dem letzten Patch noch länger! Ich bin eine Biene! Oh nö! Hier ist Heiligverbot! Der gleiche Nachschub ab! Ich bin eine Biene! Weißt du noch, dass du das damals alles gar nicht lesen konntest? Weil das so schnell ging? Ja... Ja, es wird auch immer... Ich denke mal, man... Sollte es so... Wie bei z.B. WoW... Habe ich es mir auch irgendwann angewöhnt... Einmal im Jahr den Klienten komplett neu zu installieren, weil... Du hast ja sozusagen immer noch die alten Daten drin... Er sagt zwar, er überschreibt die, aber du hast immer noch was drin... Und wenn du es neu installierst, dann... Wie viel hat der gekostet? 50! Sorry! 50? Das komplette Paket hier, was mir hier gerade angezeigt wurde? Ja! Hm, okay! Ja, erst mal weitermachen! Ähm... Bleiben ja immer noch so Restdateien über... Und die werden ja... Auch beim Spielspart werden die immer noch abgefragt, auch wenn die gar nicht mehr nötig sind... Deswegen soll man bei sowas immer... Einmal im Jahr den Klienten runterschmeißen und komplett neu installieren... Ja, aber überleg mal... Aber du hast das ja... Du hast das ja dieses Jahr... Du hast das dieses Jahr schon ganz oft gemacht... Ich habe das ja, glaube ich, erst einmal gemacht... Ich hab das, glaube ich, dieses Jahr schon... Äh... An die gefühlten 20 Male gemacht... Boah... Achtmal oder sowas... Ja, aber gefühlte 20 Male, weil ich dann nämlich eine ganze Nacht das Laptop anlassen muss... Was ist jetzt online? Geht doch mit dir! Ja! Hier mit Crona waren wir doch zusammen bei Crazy im Clan, oder? Oder war der bei Just4? Just meine ich, oder? Der hat mich nämlich, wo ich Clanlos war, hat er mich gleich angeschrieben... Hier! NostC, die brauchen Feldkommandanten! Ich hatte gestern einen von... Äh... Udog auf der Gegnerseite, ne? Ja! Den denn? Weißt du was noch? Keine Ahnung... Den Namen, den kannte ich gar nicht... Das war wohl ein neuer... Ja, die machen wir bald... Aber die haben mich schon gewundert, warum wir am verlieren sind... Und ich so... Boah... Der Gegnerseite ist Udog... Ehemals Jazz... Ehhh... Ja, ehemals Jazz... Das sind viele... Das sind einige Leute von da... Sind ja nicht alle... Über so 80%... So... Wohin? Ehm... Ja... Einen Satz 2... Ja... Die haben ja auch 3... Ja... Hör mich... Das ist das einzige Gefecht, was ich heute mit dem E5 und was ich mache... Warum? Weil die sich den jetzt alle kaufen... Und fahren den jetzt auch alle... Ja... Und ich fahre zu den Gleisen... Ja... Ich sag doch Einsatzweierweil... Ja... Also... Ich hab meine Besatzung vom Rheinmetall raufgeklatscht... Okay... Ja... Ich glaube ich hab ihn mit einer der... Ich glaube ich hab jetzt hier im Gefecht... Auch ohne XVM... Äh... Zu sehen... Äh... Hab ich die beste Besatzung hier drauf... Besatzung kannst du auch bei XVM gar nicht sehen... Na... Aber... Sie ist ja... Gefechte... Wie viele... Auf den Panzerhaken sind... So... Wodurch sie das ja... Einschätzen kann... Hallo... Und ich geh nicht mehr mehr auf... Ach... Ich geh nicht auf... Ich geh nicht auf... Toll... Ich geh nicht mehr auf... 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 Oh... Ich hab vergessen den Haken bei... Links rein zu machen... Dass er automatisch nachgehen soll... Ja... Alle drei... E25... Äh... Ich... Zwei sind da... Wird das noch nicht aufgegangen... Die dritte... Steht aber auch... Der steht im... Bahnhofes Gebäude... Also ich bin bis jetzt nicht aufgelangt. Ja, ich bin ja ein bisschen weiter vorgefahren. Ich zieh. Ich zieh durch. Ja, Folge. Ich bin offen. Ich noch nicht. Scheiße. Spacko. Während der Fahrt trifft der Mann gar nicht. Ja, ich geh grad fratzen. Sorry. Ist gut. Während der mich. Das ist gut. Das ist gut. Shit. Scheiße. Du hast schneller nachgeladen. Doch! Das ist kein Kamikaze und kein Auge um Auge. Doch Auge um Auge ist das. Sind ich bei Auge um Auge auch eine Stufe höher rein? Ne ne das ist gleiche Stufe. Das ist nur wenn du dich sozusagen im selben Augenblick hielst. Wieder 1827 Schaden. Was für eine WN8 ist denn das? Also ich habe 919. Äh keine Ahnung. Habe ich so nie drauf geachtet. Aber die ist nicht so schlecht. Ich bin ja echt am überlegen ob ich mir nicht doch den Pro-Mod wieder rauf machen. Also Crazy hat mit Pro-Mod Probleme. Da läuft irgendwie nicht das was sie haben will. Oder ihre sexy Battle Results. Und ihre... ihre ähm... Panzersymbole. Naja komm es ist gerade erst Patchday gewesen. Und du weißt ganz genau, dass eine Woche danach meistens immer erst die ganzen Mods. Egal bei wem es war. Alex hat schon ziemlich früh mit anfangen können. Weil er ja... mit Wargaming zusammen arbeitet jetzt. Also ich pack mir keine drauf. Ich hoffe ja dass im nächsten Patch... Also wenn im nächsten Patch Dings kommt. Äh... Der Arti Modus da. Yay ich hab ne Schachtel bekommen. Ich diesmal keine. Ach es gibt sogar hier... Da sind sogar Dings wieder diese 15 Aufträge da mit bei. Jaja? Mal 5 Besatzungen. Achso. Das ist 31. Januar. Aber ich hab den Auftrag 1 abgeschlossen. Ja. Ja mach erst mal deine... Kisten da fertig. Aber das ist ja Stufe 1. Was möchtest du denn sonst fahren? Ich wollte ein bisschen Premium fahren. Weil ich... Schau mal für die 9er Arti und für den... 410 E3... Also ich fahre so ungefähr 10 Millionen. Ähm... Wir können meinetwegen bei Runden E25 fahren. Ich hab nicht... Warte mal ich muss erst mal ein bisschen Gold einpacken. Ich hab hier eine Goldmumpel drin. Ich hab beim E25 erst seit kurzem 20 Gold schon frei. Doch doch gleich seitdem du mit mir fährst. So hier. Nö seit ich den glaub ich mal... Äh... In den Team verschwanden oder so. Weil wir Augen braucht und keiner irgendwas mit sich hat. So. Also ich hab auch Schoki drin. Nein? Ähm... Ich nicht. Ja ich hab ja noch keine... Ich hab dir gleich was drauf drauf. Ich hab noch keine volle Tarnungscrew drauf. Deswegen hab ich Schoki drin. Mhm. 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 Ich muss gleich mal ganz kurz ne Maschinerische anstellen. Ja damit das so ein bisschen aussieht als wenn ich hier ein bisschen was rauskomme. Ja geht nicht anders. Äh... Was machen wir denn? 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 Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ähm... Ich fahr nach rechts. Nach rechts? Also als ich mir den E25 gekauft hab, hat der keine volle Tarnung gekostet. Ohaahha! Ey. Da schießt einer auf mich! Von uns! Ach auf mich! Jaa... Ach lasse doch. ich habe auch nicht Schere drauf gemacht sondern ich habe Optics drauf gemacht weil man ja doch mit dem E25 viel fährt ja, Optics und Gehoffern ich bin offen ja, ich auch ja, der Black Prince ist nicht so schnell, ne? dann kann man ja nicht holen Black Prince? Happy kommt hier oh, der S35CA ist aufgegangen? aber ja 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 Sie unterstützt dich von hier hinten? Ich fahr nur so Würro-Zeug hier wegen der Artie. Ich hab schon 1.500 Schaden gemacht. 2.85 groß. Ach, ist der Schwarze Prinz. Ja, ist das der Leo. Wirkungstreffer. Der Leo will nicht. Der Link hat mich grad nicht aufgekriegt. Und er hat mir einen gegeben. Scheiße. Ja, ich konnte nur noch auf den Schaden. Ach, haben sie jetzt Allahs auf mich hier oder was? Die werden eng, ich kann sagen. Die werden eng, ich kann sagen. Ach, hi, Crasher. Ich hab dich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Das war's. Ich geh eben die Wäsche anstellen. Jo. Kannst du zur Not eben eine Runde ohne Misch fahren, ja? Alles klar. Ich geh eben die Wäsche anstellen. Ich geh eben die Wäsche anstellen. Ich bin die Wäsche anstellen. J угlade dich. Und dann in der Strafe anstellen. Ich geh eben die Wäsche anstellen. J entspannendlich. Ich geh eben die Wäsche anstellen. Ach, hi, Crasher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, miss Ah 3116 Krass Äh, nee Heute ist ganz gut Bislang Heute geht's Also, wie viel Plus war das an der Himmelgad? 45.000 Plus Also, wie viel Plus war das an der Himmelgad? Ah, okay Ähm, machen wir nochmal den Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass zum Beispiel morgen der Type 950 reinkommt Äh, E25 haben sie auch, haben sie immer gesagt, der kommt nie wieder ins Shop Was ist, da ist er Und dann geht's, da ist er Also, wie viel Plus war das an der Himmelgad? Am Anfang der Himmelkad? Das war's für heute. Der ging voll durch Jero-Transform. Gegnerverfolg ausgeschaltet. Wir haben sie nicht mal ungekrecht. Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Wir haben sie nicht mal. Wir haben sie nicht mal. Oh, das war da. Und mir geht der Host eure Leute schon wieder nicht mehr, ich weiß nicht was das ist. Auf jeden Fall willkommen an die Leute von Berserk. Und? Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Eine Artie. Das ist immer so, wenn ich gehostet werde. Der lila Löwe hat geschossen. Der ging nicht durch. Wir sind im Auftrag des Herrn. 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 Das war's für heute. alles gut bei dir schritt mein Handy hier schritt mein Handy einen Kaffee ausgetrunken gibt es aber gar nicht ein Wacke ausgetrunken Das war's für heute. 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 Oh, dann... Das war's für heute. 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 Ja, mich auch. Ich hab nur 686 Schaden gemacht. Aber anscheinend gewinnen wir das wieder, wa? Gibt's aus? Ich muss mal eben eine Runde rein mithelfen. Ja, aber dann nimm du ein 8er Premium, ist genau egal. Ich kann auch den nehmen. Ich muss mal eben hier ein bisschen Schaden raushauen. Was denn Black? Ich möchte eine größere Kiste kriegen. Und danach mal eine Runde Oro. Ich bin eine B. Ich muss mal ein bisschen Schaden blocken. Ich möchte noch eine Kiste kriegen. Das war gestern zu geil in einem Gefecht mit dem Oro. Drei Kisten bekommen, aber drei blaue. Okay. Ja, mit den 4er Teilen drinnen. Hier. Und dann hatte ich auch noch zwei Stufenaufstiegel, weshalb ich dann nochmal zwei Kisten bekommen hab. Also direkt sind's Kisten auf einmal. City oder Links? City oder Links? City oder Links? Na komm, ich fahr mit Links. Was macht denn der 12-Tonner da? Schubbert sich an dir oder das? Ja. Was ist mit meinem JP los? Da kommt der gar nicht aus dem Knick. Ja, damit halt auch irgendwie nicht. Hey, T37, du rotterst mich nicht. Ich war 17 kmh, Mann. Ja, ist ein bisschen, nein. Äh, gibt's hier auch, äh, bergauf. Aber 15. Nein, ich guck mal 30 kmh. Gerade vielleicht hier. Ja. Oh, den Lärm. Oh, das ist aber raskall, ne? Ja, jo. Ich glaube, hier. Oh, ich bin offen. Und gleich den Motor zerpflückt. Wieder offen. Dings. Komm nicht hoch. Ja, da kann da hinten doch gar nichts so richtiges stehen. Äh, ganz hinten steht ein, äh, Dings, T29. Der snubbt da hinten. Ich krieg meine Gannys runter. Scheiße, ich hab was zu tun. Du sollst auch immer deinen für Stunt benutzen. Scheiße! Auf die IS-2. Erstmal der T49, weil der lädt nach. Oh, es ist ein Telefon. Oh, es ist ein Telefon. Oh, es ist ein Telefon. Eeeeee-äbber-dabber-doo. Eeeeee-äbber-dabber-doo. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich weiß, was ich dir dazu sagen kann ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich auch, Gott sei Dank, na 1er kann ich umwandeln Mit 2er Voll scheiße So, 1er Das ist doch blöd Das ist gut geworden Aber ich habe das schon als 4er, das ist doof So, ich habe mir gar nicht gerade so das Gefecht genau angeguckt, wie das gerade lief Zornig 2400 Damage, ganz gut Bei mir dürfte nicht viel gewesen sein 499 Welchen Aufrag habe ich denn da gesorgen? Auf H7 Gewinnen Sie das Gefecht, beschädigen Sie gegnerische Fahrzeuge mindestens 1 Wohoo Das ist sowas für eine 2er Kiste Ich nehme den hier, der ist ein bisschen besser Oh, 10er Gefecht, aua Ja, da hört wohl auch nichts aus mit meiner Aufgabe, was ich vorhatte Also im 10er ist der Löwe jetzt doch noch nicht stark genug für, ich glaube ich fahre auf C3 da Du kannst ja eine Schlachtergasse fahren Ja klar, die kommen doch bei mir ohne Probleme durch die 10er Ich bin eine Biene Du zählst 10 sogar Ich habe meinen Löwen jetzt schon so lange, ich habe immer noch keine Tarnung drauf Mein O hat gar keine Tarnung, nicht gerade Ne, mein Löwe war mein erster Premium Panzer Ne, stimmt gar nicht, mein erster Premium Panzer war der dicke Max Oh, wir haben aber eine sehr, sehr ehrenwerte Aufgabe Alle 3 Arten von mir sind Ja, ich dürfte offen sein Ich bin ein Greifel Ich kann mich nicht in die 2er Kiste gegen die 5.000 projekte Everyday Hörst du gerne bei mir genauso Wenn du dann auf dem 3.000 von 4.000 bist Ah, ich wollte das ganz sicher Ich hab jetzt den anderen Hey, ich habe mich nicht in der 2.000 von 4.000 für die 2.000 zu 보는 Ja, ich habe das sehr schön Ja, ich habe das sehr schön Ich kann mich nicht in die 3.000 zu finden Dreh mich in die 3.000 zu booth Die muss auch nicht in die 3.000 zu geben Wir haben das schon Das hast du gerade nachgeladen. So, wir kommen, das probierst du einfach. Aua, da steht die Ati. Ja, das ist die Sprena, ne? Ja. Von der hab ich ihn so eingetreten. T49 darf durch ihn, bitte. Wo will der T49 hin? Durchfahren zu unseren Artis. Oh, ich mach das noch. Sehr gut. Scheiße, jetzt könntest du keinen Artis. Rastling. Ja, ich mach das. Okay. Dann haben wir dich, dass wir gerade die Rastlinge drinstehen. Oh, ich mach das. Ich muss mich anschauen. Sie können auch die Rastlinge drinstehen. So, ich musste den Laufen jetzt auch die Rastlinge drinstehen. Das Victor, wasbau der T49 zusammen? Ja, das war auch der Rest. Ich kann mich nicht mehr so werden. Ich verstehe, da muss ich ihn mal an. Pziehen! Ja, es war auch der Rest. In der Rastlinge drinstehen. vor allem wir haben das alles mit einem mann weniger gemacht mit einem 10er weniger ja der e5 ist immer noch weiter um aber nicht dran dann ist ja gut erwin wenn das alles wieder schon ich habe 2,4 p ich habe 2,4 p Boah, ich hab mich mal mit den Caps gestellt, so lange. Boah. So, den Bart ist über, und zwar das gut. Könnt ihr auch eigentlich mal den Credit boosten? Oh, ich hab weder ne Einsackkiste. Oh, ich hab nicht nur eine bekommen. Wir haben mal ne Zweierkiste mit drei Teilen drinnen. Ach, auf jedem Fahrzeug kann man die Einsackkiste bekommen. Nochmal ne Zweierkiste mit drei Teilen drinnen. Das ist auch ne Einsackkiste. Der hat ne Einsackkiste aber auch mit drei Teilen. Oh, 51 von 52. Auftrag fünf, vier, eins, ja, fünf, vier und eins hab ich abgeschlossen. Das muss ich erstmal gucken, ja. Ich bin mir ganz fix auf, Karp. Vielleicht wieder da. Ja. doch, auf jeden Fall. Ja. Und da ich bin mir ganz klar. Und da ich bin mir ganz klar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal die erste ap also wie ich wargaming kenne würden so garantiert morgen alle oder als irgendwann mal den type 950 doch in den premium shop reinpacken wird er bestimmt über 100 euro kosten so Boah, ich bin bei der Stufe 7 immer noch bei 51 von 52. So, ich mach mir eben ein Brot. So, bis gleich. Bis gleich. Wer hätte hier mal sitzen dürfen? Wer hätte hier mal sitzen dürfen? Aber da... Woe, woe, woe woける. Wer hätte hier? No Move? Use das安全など will. Also,은ar เหالicik. Dann, 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 dann. Like this. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das gibt's schon wieder nicht hier. Das war's für heute. 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 Warum? Das war's für heute. Das war's für heute vorgenommen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das Mäuschen kommt mit. Oh, okay. 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 Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja gut, unsere T10 haben seinen Hut abgezogen Ich habe versucht, unserer Maus zu helfen Aber unser Team hat wieder mal vergessen So, jetzt habe ich nochmal wieder so eine tolle Map Muss das aber mal was werden hier Ich kann doch gleich für dich mal mit dem 1390 erst trotzdem mitfahren Ne, das Problem war ja eben gerade, dass auf dem Moor die komplette rechte Seite keiner hingefahren ist und die ganz durchfahren konnten Die konnten fast bis zu uns Artys unten durchfahren und dann hat sich unser Team erst umgedreht wo sie einen Arsch geschossen gekriegt haben Toll, da brauche ich schon mal nicht hinfahren Geplanten Posi Weil da nur ein Heavy hinfährt So, jetzt habe ich schon mal wieder So, jetzt habe ich schon mal wieder So, jetzt habe ich schon mal wieder So pale ich schon auch mal wieder Cuz auch mal wieder So, jetzt halte ich schon mal wieder So, jetzt habe ich schon mal wieder Da sind die alles Folgen So, jetzt bin ich schon mal wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, das war useless. Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal, ob ich noch was von ihnen abbekomme oder ob es das eher schlecht aussieht. Schlecht aus. Schauen wir mal, ob ich noch was von ihnen abbekomme oder ob ich noch was von ihnen abbekomme oder ob ich noch was von ihnen abbekomme. Hat er die Ecken gefunden oder was? Ich hab Yati nicht weggemacht. Ich hab hier 18 HP stehen lassen. Ist es wieder so weit, Kitty, oder noch nicht? Schlimm, oder? Oh, Einser-Schachtel erhalten. Zwei Einser-Schachteln erhalten und Kampfeskumpel mal wieder. Nein. Ich hab fast den 8er-Auftrag. Fass ihn nochmal ein. Oh, warte, warte, warte. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal kurz irgendwo ein paar Nettes drauf nehmen. Warte mal kurz irgendwo ein paar Nettes drauf nehmen. Oh, ich hab grad soeben Plus gemacht mit der Art. Die 276. Oh, ich hab grad soeben Plus gemacht mit der Art. Die 276. Ich hab da fast immer Lust zusammen. Ich glaub ich mach jetzt eher Minus wieder. Na. Ich stell mich unten auf J9 dahin. In letzter Zeit fahren nämlich ganz viele da die 5er-Reihe und 4er-Reihe an. Ich mag die Map überhaupt nicht in 1390. Man muss denen mal wieder beibringen, dass man da nicht Artysafe ist. Ich fahre nach E7. Hm? Hier kann ich auch den ersten Schuss mal AP laden. Bei denen brauche ich das mit der nicht Wache. aus. Ich kann die Map die mita G ziet. GDBUR für Melanie, mit derức Wache. WCf. Und wer wird da denn schon beschossen? Nur 1375, hier geht aber nix auf. Hm, der war lecker. 1289. 1229? Ja. 644 hab ich gespottet. Der war lecker. Ich hab die Summa-Tracken wie der letzte Nacht. Noch 17. 10. 5. Und Schuss. Mein Schuss ist voll spät rausgegangen. 50-120 hat doch jetzt Hass. Auf der IS-6 als nächstes. Oh oh, die kommen ja schon. Leute, die Hass auf mich haben. Und Schuss. Und Schuss. Und Schuss. Das ist voll spät rausgegangen. Und Schuss am Anfang. Das war, diecen aus. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. wenn man zwischendurch voll die blinden lecks kann es ja nicht stehen bleiben hab ich auch mit meiner arti fest mit meiner arti fest und mit meiner arti fest Hier vorne an dem Felsen, wo ich gerade eben stand, fallen Bäume. Du weißt, wo auf G9? Da ist der, ach da, ich sehe noch mehr. Jetzt hast du ein Problem. Ja. Aber. Warte auf die letzte. Ich habe 3100 Damage gemacht, ersichtlich. Gunmark geholt. 3600 Schaden. Ich habe eine Gunmark. Yay, ich habe die Gunmark. Ich habe eine Schachtel erhalten. Nein. Ich nicht. Ich hätte gewinnen müssen. 1289 AM X50 am Anfang. Gut. Was ist der Gunmark? 3er Tyler. Äh. Die. Guck was ein. Oh. Das freust dich. Äh. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Zumal mein Spiel gerade irgendwie vor die Boxen macht. Jetzt sagt er schon wieder, aktualisiere Garage. Hm. Achso, Black. Kann dir eins dazu sagen. Sammel nicht, das G9! Hihi. Dieser Sound, der ist der Hammer. Ah. Ich glaube, der muss sich ganz oft für mich selber drücken, wenn ich der Meinung bin, dass ich beim Panzer und so nicht durchkomme. Erkennst du dich von Werner hier, Sammel nicht, das Guide? Oh, er sagt mir nichts mehr. Da müsste ich glaube ich doch mal auf dem Soundboard hier für TS rauf machen. Das ist der Hammer. Oh, ich kriege mich jedes Mal nicht für einen voll lachen. Oh, mich ist geil. Ach da. Also erst mal Hammer, oder? Ah. Das dürfte richtig spaßig werden. Ach, fahr nach links. Ja, ich bin immer überlegen auf H5 zu fahren. Hm. Echt? Mhm. Achso, und ein ganzen Arsch voll Gold war auch beim E25 mit bei. Ich hab das, ich hab, weißt du, nur Panzer gesehen, Paysafecard geholt und gekauft. Mhm. Achso, bis dann wieder. Ja, bis dann, da. Ja, bis dann, da. Ja, das ist ja erschreckend. Ich hab, weil ich mir jetzt gesehen habe. Bist du für solche, die sauber und blad? Aber immer nochmals? Bist du für solche, die saubern? Bist du für solche, die saubern, oder? Ich bin ein Zehn, ich bin ein Zehn. Oh, gut, ne? Oh, der T32 brennt. Was drauf noch? Da ist richtig böse gebrannt. Da ist ein Pott aufgegangen. Ja, ich kümmere mich noch da unten. Längs drum. 185 Schaden. Gute Schatz davon. 195 Schaden. 205 Schaden. 205 Schaden. 205 Schaden. 405 Schaden. Oh, ich hab'n getroffen Der ist denn links von deinem Einschlag Ich hab' auch getroffen Okay, der ist zerstört Nochmal getroffen Oh man, rechts von uns Nein, ich bin offen Solltest du abhauen Ja, rechts von dir, der Mod Da oben bin ich aufgegangen Ja, rechts von dir, der Mod Die Gegner sind artig, sollten raus und dann keppen Boah, Tiger 2 Tiger 2, das ist doch Ja Vor ihm steht ein Prott Was macht der da? Was war das vom Tiger 2? Die Su-8 hat auch schon den Gartenbank drauf Hätte der Kitty, du wirst beschossen Hey, du hast 3 zu 75 noch gekillt Ja, weil der eben nicht reingefahren ist Ich hatte aber auch den anderen abgedrückt Ich hab' eine blaue Schachtel erhalten, Auftrag Nummer 10 abgeschlossen Nee, mir fehlt noch was zum Auftrag 8 Eine Spezierschachtel ist das Muss man eben dekorieren Ey, cool, der hat mir Kamikaze dadurch gegeben Und Auge um Auge Warte mal, für welches Fahrzeug ist denn da eigentlich diese Versetzung? Ich hab' auch ein weibliches Besatzungsmitglied bekommen Ach, für den Einser sind die Forschung Ich bin jetzt bei 56 von 64 Ich bin jetzt bei 50 Und fertig. Boah, ich muss mal in meine Waffenkammer gucken. In meinen Lager. Boah, ich hab schon 36 Automatik-Euerlöchsysteme, 19 Großersatz vergisst. 44 große Erstehilfenkäste. Ist das Besatzungsmittel in der Kaverne? Ja. Nur nach Schweden sortieren. Ich hab jetzt... Lalschütze, Funker, Fahrer. Das ist ja blöd. Die sind schon gleich auf die Schweden. Ja. Ich hab schon 3 Stück, 3 Weiber. Ich auch. Aber das ist blöd, weil ich hab schon den Stufe 3 Schweden bei mir in der Garage. Ja, die musst du dann umschulen auf den... Den der... Ich werde dich zum Beispiel... Äh... Ja, das Lustige ist, beide 10er Panzer haben nur 3 Besatzungsmitglieder. Ja. Ja, und beim 3er brauchst du schon 4. Bei den kleinen lass ich wenig und... Bei den... Bei den kleinen lass ich viele und bei den großen dann wenig. Bei den Deutschen ist es ja andersrum, ne? Ja. Ja. Brauch ich zum Beispiel noch die Kommandantin. Schau mal hier hab ich ja auch 6 Besatzungsmitglieder drauf aufm Oho. Ja oho, da kannst du auch 20 reinpacken. Der ist immer noch nicht voll. Du kannst nur ganz klein statt reinpacken. Äh, ich fahr 3er, 4er Linie. Okay, bin dabei. Der T-34 hat ja auch ein bisschen mehr PS bekommen. Oh. Ja. Und die... Gun wurde ein bisschen genauer gemacht. Äh, ich zucker hier trotzdem noch mit 25 km. Ja, die haben ja nur was an den Premium Fahrzeugen gemacht. Und aufm... Als nächstes aufm Test-Server kommen zwei neue Premium Fahrzeuge. Okay. Einmal... Äh... M7 Chrysler oder wie der heißt. M2 Chrysler. Und die Lorraine 40 Tonner. Ja. Wird ein 8er Premium-Met. Ah, ja. Ja. Er hatte bestimmt eine Ausführungsgürzel. Äh... Dahinter wie die Badget. Das du die 9er und die 10er Badget auseinander halten kannst. Ne, ne. Wie heißt denn ganz normal Lorraine 40 Tonner? Die heißen nochmal die eine andere Lorraine. Das andere... Die 9er ist die Badget 25 AP. Nein, der Schuss ging drüber. Meiner ging ja auch nicht mal annähernd in die Richtung. Ich hab sie. Ich hab sie. Die Dürfe kotzen. Ich hab sie. Die Dürfe kotzen. Nein. 41. Ja... Ja... Hab sie das gesehen. Oh. Oh, jetzt bin ich nicht durchgekommen. Der war mir 155 össer. Ich habe sie nicht mehr angekommen. Für uns. Ich habe Art hier. Boah Löwe. Ah. Keine Chance. Absolut keine Chance. Ich habe sage und schreibe 190 Schaden ersichtlich gemacht und dann den Blindshot auf die MP40. Aber das sind nur eine sechse Art. Die hat doch nur 300 Struktur. 300 oder so glaube ich. Ja, das ist ja nicht wirklich viel, hallo? Na gut. Raus, nächster Panzer. Ja. Ja. Ach komm 500.000 Credits hab ich so lange eingefahren Kann ich gar nicht sehen Ich wusste ja wieviel ich vor hatte, ich hatte 1,9 vorher, jetzt hab ich 2,4 Veracht ich gar nicht wirklich drauf Hier, gehst du nochmal auf den TD-Hügel oder auf die Insel? Oder hinten neuner Reihe Die Gegner haben keinen E-Fibon Wir sind doch die Einzigen Mein Wunder Ich denke mal so viele werden sich auch nicht den E25 holen Wie du schon gesagt hast, der 17. und Wargaming hat's gemacht, ja Ja, 50 Euro werden sich ein paar holen Aber da es der 17. ist, werden sich ihn wieder holen Und da auch noch Weihnachten ist Die Leute, die wirklich schon ihr Konto überschrapaziert haben Unser Chino ist auf Unser Chino ist auf Zudem Auch Ja Der Schino kann ruhig noch mal wieder vorkommen. Hey, Cindy. Hi, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, komm ich nicht ran. Hey, komm. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindy. Hey, Cindyzin. crazy, Cindy. Jetzt gibt es die weg. Hier ist noch keinen개. Geschreitete Planung von Fox, News,춤. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nicht willkommen. Naja, ich hab ne 4er Kiste bekommen und ne 3er. Ich hab gar keine bekommen. Ich glaub mit dem E25 1900 Damage ist nächstes nicht so verkehrt, oder? Na? Äh, das hab ich jetzt 60 und 64. Oh, das hab ich jetzt 60. Oh. Die schöne Map. Warum kann ich jetzt nicht den 1390 haben? Ich muss 4600 Damage mindestens machen. So, den Auftrag könnte ich ja eigentlich mit dem E25 schaffen. Aber ich hab doch vorhin schon so irre viel Damage mit dem gemacht. Ich hab doch über 3000 Damage mit dem gemacht. Äh, 4 mal so viel Damage machen. Hm. Ja, hier kommen wir uns an. Schatz, Schatz, für Punkte von 800 noch was. Oh, dann haben wir ja nur 4 HP gefehlt, wenn er 800 hat. Ich hab 3196 oder so gemacht. Ich hab über 800. Also. Was macht unser 1390 da? Was machen unsere Scouts allgemein da? Ja. 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 Das war's schon wieder für mich. Ich hab den Bulldog gespottet. Ich hab den Bulldog gespottet. Du musst auch immer deinen Verstand benutzen. Oh, der LTTB steht da oben. Ich hab den Bulldog gespottet. Ich hab den Bulldog gespottet. Achso, Sandy, hattest du jetzt eigentlich nen Panzer bekommen? Der LTTB ist bei deren Cap. Hm? Der LTTB war bei deren Cap gerade. Hm. Ich komm nicht an den Ruhm. Ich seh den nicht. Oh cool. Oh cool. Der Arsch. Der Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der WT ist offen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's mit unserem Type Untertitelung des ZDF, 2020 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 habe ich eine Tastatur von mir zerstört und ab dem Punkt habe ich mir gesagt, du spielst kein Counter-Strike mehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 weg ist er der talk ist ja lang genug da kann man lang genug drauf schießen na das stimmt wohl ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich höre jetzt erst mal auf. Achso. Kann sein, dass ich später nach dem Einkaufen wieder online komme, weiß ich noch nicht. Okay. Okay, später vielleicht. Später. Später. Erwin, wie laufen deine Gefechte? Auch bei den anderen, wenn ihr fahrt, wie laufen eure Gefechte so? Später. 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 So. Später. Vielen Dank. Also eben gerade, das wäre schöner gewesen, wenn es ein Sieg gewesen wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, was ein Team, was ein Team. Es ist keiner in der Mitte. Nein, nein. Ah. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wow. 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 Vielen Dank. 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 Kassner? 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 Ja ist doch manchmal so Da 8-8 hatten sie auch glaube ich auch was drangemacht, oder? Ja Aber auch die Geschwindigkeit Ja 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 Jö Ja 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 Das war's für heute. 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 Das ist der Achter. Achter Schirmagazin. Ich bin bei denen noch nicht hier live. Nee, guck hier. Der hält keiner. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Hey, wake up! Hey, wake up! Boom! One, two, three, three, four, three, seven, twelve. One, two, three. Oh, May, oh, May. Okay or not? Spencer talked to me today Bacia Rosa, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, wake up! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, unsere Kette ist zerstört Wir sind sie fest Los! Kette verloren Wir sind Bewegung so tief Wir sind erledigt Los hier! Oh Mann ey! Wir sind die ZDF für funk, 2017 Hier insbesondere Wir sind die ZDF für funk, 2017 Wir sind verschiedene ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Oh man 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 Hey Oh man 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 Oh man